Heute sprechen wir über das Smart Contract Crypto Projekt Avalanche, was du über die Kryptowährung AVAX wissen musst, wieso sie aktuell so stark im Hype ist und wie vielversprechend ein Investment in den Coin jetzt sein könnte. All das wie immer in 3 Minuten und damit würde ich sagen, dass wir auch direkt mit dem Video beginnen. Ein kurzer Disclaimer vorab. Ich habe keine Lizenz, dich bei deinen Investmententscheidungen zu beraten. Daher bitte ich dich darum, immer deine eigene Recherche durchzuführen, bevor du dich dafür entscheidest, in welches Krypto-Projekt du als nächstes investieren möchtest. Was ist Avalanche? Hier die Kurzfassung. Das Projekt wurde von dem Informatiker und Universitätsprofessor Amon Gansira im Jahr 2018 gegründet. Das Avalanche Mainnet ging dann im September 2020 live, nachdem über 60 Millionen US-Dollar in den verschiedensten Finanzierungsrunden gesammelt werden konnte. Avalanche verwendet einen neuartigen Proof-of-Stake-Konsensverfahren, der 4.500 Transaktionen pro Sekunde möglich macht und eine Finalität in weniger als zwei Sekunden. Auch wenn 4.500 Transaktionen pro Sekunde in der Blockchain-Branche nicht mehr allzu beeindruckend ist, ist Avalanche gemessen an der Zeit bis zur Finalität die schnellste Smart-Contract-Plattform, die es gibt. Avalanche legt aktuell den Hauptfokus auf die DeFi- und NFT-Branche und will in diesen beiden Bereichen eine schnelle, günstige und umweltfreundliche Blockchain liefern. Und es scheint zu funktionieren, denn in weniger als einem Jahr konnte Avalanche unglaublich viele namhafte Partnerschaften schließen. Unter anderem integrierten sie mit Tether, also USDT, REN, Chainlink und neulich kündigten auch die zwei größten DeFi-Plattformen Aave und Curve an, dass sie sich auf dem Avalanche-Netzwerk stationieren werden. Das ist auch mit der Grund, wieso AVAX neulich ein Allzeithoch bei fast 65 US-Dollar erreichte. Und wenn man sich die letzten 60 Tage mal anschaut, konnte AVAX über 500% steigen. Ein weiterer Grund für diese unfassbare Rally ist, dass Avalanche neulich eine entscheidende Änderung an ihrem Token-Modell vorgenommen haben. In der dritten Phase des sogenannten Apricot-Updates führten sie nun dynamische Transaktionsgebühren für die Avalanche Smart Contracts ein. Zuvor gab es nämlich nur eine feste Transaktionsgebühr. Nun, der Grund, wieso das so wichtig ist, ist, da alle AVAX-Gebühren verbrannt werden und mit diesem neuen dynamischen Modell könnte es sein, dass jetzt noch mehr AVAX verbrannt werden, was das Asset seltener macht und somit auch wertvoller. Um aber zu bewerten, wie viel Wachstumspotenzial das Projekt zukünftig noch hat, lohnt es sich einen Blick auf die Roadmap zu werfen. Und Avalanche hat allein dieses Jahr noch einiges vor. Mit der neuen und verbesserten Avalanche Bridge, welche es fünfmal schneller und zweimal so günstig macht, Tokens zwischen Avalanche und Ethereum zu bewegen. Avalanche hat darüber hinaus aber auch weitere Pläne, noch mehr Bridges zu anderen Blockchains aufzubauen, um, ich zitiere, das Kernzentrum von DeFi zu werden. Diesen Monat wollen sie auch eine neue und verbesserte Avalanche Wallet einführen mit einer mobilen App und einer Browser-Erweiterung. Für die restlichen Monate des Jahres wird dann viel an den Parachains von Avalanche gearbeitet, wobei die Interoperabilität untereinander im Vordergrund steht. Außerdem gibt es große Pläne in Bezug auf Avalanche Blockchain Domains und dezentrale Identitätslösungen, die auch bis zum Ende des Jahres umgesetzt werden sollen. Es gibt also noch viel zu tun, aber das Team hinter dem Projekt ist auch unglaublich kompetent, weshalb diese Ziele meiner Meinung nach realistisch sind. Mit mehr und mehr D-Apps, die sich auf dem Avalanche-Netzwerk stationieren, kann ich mir gut vorstellen, dass AVAX dieses Jahr noch die 100 US-Dollar testet. Und mehr ist immer möglich, denn Avalanche ist einer der neuesten Smart Contract-Kryptowährungen auf dem Markt, weshalb das Wachstumspotenzial immer noch enorm ist. Auf der anderen Seite ist aber die Konkurrenz durch bereits bestehende Smart Contract-Plattformen wie Ethereum, Cardano, Solana oder Polkadot unglaublich hoch. Und ich denke, dass uns nur die Zukunft zeigen kann, ob Avalanche mithalten kann. So, das war alles, was ich zu Avalanche heute für dich habe. Falls dir diese Altcoin-Videos gefallen und du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich jetzt noch über ein Abo von dir sehr freuen. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder.